Guck mal, meine Uhr geht nach. Was? Ne, die Uhr tickt gar nicht. Was? Machen wir schon gerade Unterricht? Ja, natürlich. Die ganze Zeit schon. Aber du hast doch gerade eine Handy-Uhr. Ja, ich spiele da gerade Minecraft drauf. Soll ich jetzt reingehen? Oh, ich bin so überraschend reingekommen. Huch! Huch! Dabei haben die mich doch das Glas gesehen. Ups, das war total absichtlich. Ich hebe es einfach mal auf. Okay, hier. Was ist das überhaupt? Ach, äh, egal. Ups, also, das waren gerade meine Lego-Spiel-Steine. Ich wollte mich gerade eigentlich heute was spielen, weil ich keinen Bock hatte auf Unterricht. Aber naja, das habt ihr ja auch nicht. Also habe ich mir gedacht, hey, wir sind die gleichen Meinungen. Oh, ja, das sind wir tatsächlich. Oh, schöner Bart. Darf ich auch so einen haben? Natürlich nicht. Den gibt es bei Ebay. Den kannst du mit Erdbeergeschmack kaufen. Das ist total gut. Dann kannst du das nur ins Bad reinfüllen. Achso, du meintest den in deinem Gesicht natürlich. Der hängt da doch die ganze Zeit. Ne, das ist nur Kunstbar. Den habe ich mir gerade gekapft. Oh, äh, ja. Das merkt man gar nicht, den Unterschied, ne? Ja. Gut, von der Farbe ist er etwas heller. Aber naja, das heißt ja auch nicht, dass er nicht echt ist. Naja, okay. Hey, der Unterricht ist viel spannender. Ja, voll extrem total. Hä? Ja, viel besser als mich. Wer hat dich nicht gefragt? Ja, echt? Ich habe dich nicht gefragt. Aber ich kann dich fragen, wenn du willst. Ne, habe ich aber keinen Bock. Also machen wir was anderes. Okay, also ich gehe jetzt mal in die Tau. Malen wir doch einfach mal ein My Little Pony. So. Also da fangt man hier an. Und dann darüber. Und das hier, das hier wird der Kopf. Oh mein Gott. Na ja, gut. Ich habe es ein bisschen verlernt, weil ich zu viel gelernt habe. Also von der Schule und alles. Aber naja, okay, egal. Dann üben wir halt heute ein bisschen My Little Pony mal und so. Gut. Also wer kommt vor? Warum muss ich eigentlich noch vorne stehen? Also ihr könnt doch auch mal vorgehen. Hä? Dann kann ich auch mal träumen. Weil ihr träumt die ganze Zeit und die Lehrer quatschen die ganze Zeit. Guck mal. Ich will auch träumen. Ey, ich bin gut darin. Ja. Mein Gott. Echte? Ja, ich bin auch ganz gut. Ich träume manchmal von Sean das Schaf. Ich habe letztens erst geträumt. Das Sean das Schaf, das wäre mein Bruder. Und damit ich aufgestanden habe, habe ich gedacht, Schatz, nein, das war doch nicht mein Bruder. Und dann war ich so groß. Ich bin nämlich über Nacht voll gewachsen, weil ich habe Proteinshake gegessen. Hey, Kleiner, jetzt geht es gleich los. Na, eine Runde Boxen. Was? Ach so, Gedankenboxen. Hast du was erleben, Kleiner? Ach so, Gedankenboxen. Ja, das kenne ich. Hey, 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 hey. Na, da guckst du. Ja, jetzt wird die Osterhose lang gezogen. Ja, ich bin froh, dass das nur Gedanken waren. Nein, das war nicht. Das war echt. Ja, klar. Für dich vielleicht. Also, schau mal, das hier ist jetzt im Stall eingezäunt. Das ist ein voll süßes Pony. Naja, okay, man erkennt es überhaupt nicht. Mhm. Mhm. Mhm.